Hallo und herzlich willkommen zu The New Cut My Free Lear Steven mit Let's Play Killzone 3 Part 14 und äh, wir sind ja immer noch mit diesem netten Jackpack im Gange jetzt muss er mal wie ein paar Helgastenschlachten oh, da ist noch so ein Viegemann oh Gott Stirb! 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 Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? so, tschüss passt gut ups, wo muss ich hin? oh nein, da kommt noch mehr nein, ich wollte gar nichts schweißen ich wollte auch noch in die Luft so, der ist schon mal weg oh nein, wieso kommt der da noch? ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade gesehen habe aber da war eine ganze Menge von so kleinen Schweinten hier äh, muss das so? oh Gott jetzt ist es aber gut, ne? so, Brücke runter ganz schön schmeiß mal dein Jura-Watt hoch voll dagegen geworden ach, Leute ach, Leute, ist das Leben ach, warte, jetzt hab ich wieder vergessen meine Stockuhr abzustellen so, jetzt kann es weitergehen ich bin auch nur ein Mensch ja, das ist doch alles ganz toll ja, aber ich treffe ihn nicht oder wie? was ist denn das hier für ein Zirkus? oh, da ist auch noch einer stirb, 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 stirb er tanzt so schön da ist auch noch einer ach, herrlich jetzt geh ich mal lieber wieder ein bisschen in Deckung ich hab nicht Bock nochmal drauf zu gehen Alter, der ist da immer noch Mann, zeig mich doch ahhh schmeiß da gleich was nach mir ich kann nichts schmeißen will ich nicht sagen so muss aber schon muss ich lang lang, lang, da unten cool ne, das ist schon ganz ist schon ganz nett also, das macht schon Spaß mit diesem Teil hier ja schön das ist schon echt ganz cool uuuh ach, da haben wir auch noch welche da, 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 da da, da hoho hui muss ich jetzt hier schon einen platzieren? oh ja jetzt muss ich das wieder hier aktivieren mit dem Wiredist scheiß ah, das hat sogar gut funktioniert oh ah, geh doch mal tot jetzt so, Nummer 1 ist tot äh, Waffe, Waffe so Freunde das ist schon echt cool muss ich da ganz rüber ach, boah okay so, wo ist der andere? tanz für mich, Baby oh Gott ähm, okay lalalala Sprengsatz Sprengsatz ab, andere Richtung und fertig wo muss ich lang? wo muss ich lang? äh, Leute Leute ah, wo ist was denn? nein, warum? hallo, darf ich mich mal umdrehen? ey, was für eine Scheiße nicht mal umdrehen darf ich mich ist aber frech gewesen ah, das geht jetzt noch so eine Zeit ist jetzt gut Mensch au, was? wo denn? tanz, 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 tanz lebt der noch? ne, okay ist ich jetzt da rüber oder da rüber? ah, da rüber wow, ist hier noch wer? ne, das sieht gut aus das sieht alles ganz gut aus muss ich lang? da hoch bumm, 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 bumm ach, hey, da hoch au, 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 au wo denn? ja, Körfe es gibt keine Erdungskasse du schon wieder ah, nein, meine Waffe ist überhitzt verdammt, hab ich nicht drauf geachtet tschüss ist aber schnell Zeit läuft und jetzt kommt gleich einer und ich bin tot, wa? das machen sie ja gerne hier na, 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 na okay, das war's geschafft wunderbar, geil so muss es sein oh, super ach, mit einem Arm kann man auch noch das war lustig ich will das Teil wieder haben Mann das hat geklappt oder? ich hasse Wasser werde ich hier bald mal rausgeholt? hey, hat wohl jemand Lust auf ein Bad? sagte der Schwarze oh, ich will wieder schießen nein, ich muss auch wieder runter wahrscheinlich ach, schade wir kommen nicht weiter mit den geschützten in Stellung ja, ihr könnt auch mal was alleine machen wir brauchen sowas okay, lettern wir auf den Bunker ja, super alles klar okay, auf den Bunker wir haben uns im Visier gewarnt, wir können nicht weiter jammer, wir sind links wir müssen noch durch äh, ja kannst du mir sagen, wo wir hinwollen? weg, nee ich glaub nicht, dass da der richtige Weg ist scheiße ah toll, das ging super ich hab gedacht ah, vielen Dank, mein Freund jetzt weiß ich, warum ich dich so gerne mag Mensch, das ist ja ganz toll da ist ja ganz toll ja da ist der Bunker die Trampe ist rechts hi bei dir nehme ich auch, du nein, 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 nein rico rico danke du kleiner Affe da oben warst du, ne Ach, ey, der lebt ja auch noch. Ach, mein, auffällig. Hier, den wirst du. Ich glaube, das hat es nicht gebracht. Geht ja noch. Hallo. Ey. Oh, ja, das ist doch unfair. Weißlich steht da einer mit einer Schrotflinte. Wie soll ich denn da jetzt dran vorbei? Rico, lauf doch mal vor. Ich gebe mir einfach der andere. Also sowas finde ich doof. Soll ich dir hinterhält. Ja, jetzt bin ich schon wieder gleich doof, weil er sich nicht versteckt. Toll. Ja, ist doch scheiße. Also ich weiß nicht, was... Sowas finde ich blöde. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, jetzt bin ich gleich schon wieder tot. Zahn, da ist er. Mann, ey. Aber ich weiß nicht, sowas finde ich halt doof. Wie gesagt, wenn da halt direkt oben einer mit einer Schrotflinte steht, wo man einen so liebens gegen machen kann. Ja, toll. Weißt du, ich halte drei Schüsse aus. Drei. Und da muss ich bei denen ein ganzes Magazin draufknallen. Ja, warum hat er mich jetzt nicht wiederbelebt? Oh, ich habe gerade schlechte Laune. Ich bin bestimmt gleich schon wieder tot. Ja, ja, ja. Ja. Möchtest du nicht vielleicht mal vor? Ich bin doch immer... Toll. Toll, toll. Ja. Ja. Mir macht auch Spaß. Ganz langsam. Da ist der Wunkel. Die Tappel ist rechts. Mann. Tanz für mich, du Spine. So. Ich lasse doch mal schreien. Guck, die halten wirklich arschviel aus. Ich mach so drei Schüsse und tot bin ich. Weil es sieht ganz gut aus jetzt. Ich glaube, das müssten alle gewesen sein. Wenn nicht, dann habe ich jetzt gleich einen Hut. Nee, alles gut. Äh, von wegen. Da war schon wieder einer. Das gefällt mir hier nicht. Es braucht nur einer mit einer Schrotflinte kommen und ich bin tot. Was ist das, du doofer? Da ist doch schon einer mit einer Schrotflinte, oder? Der hatte doch eine Schrotflinte. Was hatte der? Gewehr. Ja, aber das ist quasi dasselbe. Ich muss denn... Nee. Ich will mein Sturmgewehr wieder... Äh, was ist das denn scheiß? Ich lasse mal wieder ein bisschen Muni krallen. Nee. Ah, da kommt der runter. Ja, ja, ja. Hoch mit dir! Boa, 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 boa. Tot, ja, okay. Ich habe auch gleich. Wo war der? Na, na, tschüss. Ja, ich komme ja auch nicht weg. Bist du nicht der Einzige? Ach, herrlich. Okay, lauf. Lauf, als ob es... Okay, und hier beende ich nochmal den Part. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Äh, gebt einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Macht's gut, ciao.